Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, unterstriche 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 vorgeschichte unterstriche 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 Wir nutzen seit langer Zeit bereits LED-Lampen im ganzen Haus, alleine weil der Stromverbrauch viel geringer ist. Obwohl wir relativ helle Lampen haben, wollten wir dennoch etwas gelber, die etwas wärmer ist. unterstriche 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 erster Eindruck unterstriche 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 Der erste Eindruck war gut. Die Lampe sieht gut verarbeitet aus und macht einen guten Eindruck. Um nicht zu viel zu schwafeln, kann ich nur auf meine Bilder verweisen. Links unsere neue Lampe, rechts die alte Lampe. unterstriche 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 Zweiter Eindruck unterstriche 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 wie auf den Bildern zu sehen ist, die rechte Lampe ist wirklich erstaunlich heller und geht in Richtung Tageslicht. Dennoch ist dies nicht schlimm. Die gelbe hat eine angenehme Farbe. unterstriche unterstriche unterstrich Fazit unterstriche unterstriche unterstrich Sehr angenehme Lampe. Dennoch sollte man sich bewusst machen, dass es sich hierbei um eine 4 Watt starke Birne handelt. Das ist ziemlich viel. Die 2700 Kelvin sorgen lediglich für die gebliche Farbe. Fußnote, das Produkt wurde mir unentgeltlich zum ausgiebigen Testen zur Verfügung gestellt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.